Das reicht für die ersten paar Locker und so weiter, denn Locker stehen ja auch auf meiner riesigen Liste. Ich werde sie jetzt bestimmt einblenden und ganz oben mit einem Pfeil darauf zeigen, weil ich ja so gut sinnig bin und das nicht vergessen werde. Zuerst ist einmal das Zeug wegrollen, weg, 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 weg. Ja komm, das tue ich auch mal da rein. Haste, das kann ich auch gerade nicht gebrauchen. Äh, loadstone, wood, weg damit, weg damit. Glas kann ich auch hier rein tun. Das kann in die Storage Box mit dem und dem. Das brauche ich nämlich nicht, das brauche ich auch gerade nicht. Ähm, die Frage ist, ob ich daraus jetzt mir eine Spitzhacke bauen kann. Das ist nur mal kurz eine kurze Frage. Ja. Okay. Und was macht das für ein Schaden, wenn ich draußen ein Schwert mache? Puh. Okay. Okay, also ich kann die Tanne doch gebrauchen. Äh, wo bist du? Das kommt auf jeden Fall da rein. Wo war jetzt das andere Teil? Die Shards kommen hier raus. Das soll ich nämlich auch mal da rein tun, in meine wichtige Sachenkiste. so wieso habe ich jetzt das holz daran getan gibt es nur immer genau trapdoor bauch mal 24 kommen machen wir mal vier daraus nämlich vier wichtige sachen kisten habe ich acht gemacht gut geht auch 8 locker schön denn die locker kann man auch übereinander stapeln oder nebeneinander so das sind jetzt meine eine gute sachen kiste genau dann wollte ich mir noch ein amor stand bauen ich glaube noch ein sport stand war es kommt hier das holz rein obwohl ich war noch ein paar das deutsch kreator verdammt wie ging das noch mal ach so ja ich brauche erstmal noch ein bisschen davon 20 ich 5 ja m so so noch ein paar so äh ja natürlich schläft man immer mit auf der tür in mannkraft www www eww dosen-noop.de diese internetseite sind jetzt hoffentlich noch nicht wenn ich gerade werbung der tür so nein sehr schön jetzt kann ich noch acht darüber bauen ja und jetzt habe ich hier jede menge speicherplatz das problem ist halt wenn ich was genau ist daraus haben möchte kriege ich es nicht das ist ja halb so schlimm so ein bisschen kohle noch für die meinigen turtle die wird ja mit kohle befeuert das ist ja das einzige problem jetzt wir haben nicht genug kohle um alles zu brennen und das gleichzeitig dann noch in die mining turtle zu stecken deshalb bauen wir uns jetzt sollen wir uns das jetzt schon bauen ja kommen wir mal uns ein eisen fern ist auf jeden fall und dann diese fernisse werden jetzt zu eisen fern ist denn diesen wesentlich effizienter so induction electric iron furnace iron plate forge hammer iron ingot ok stick stick und jede menge eisen gut sticks haben jetzt gerade nicht aber können uns das eisen holen war es ist erst mal muss sticks bauen stick stick jede menge eisen ups so jetzt die nebeneinander stellen und 1 2 3 4 kommt nehmen wir mal gut 20 das reicht genau für 4 öfen hoffe ich zumindest nein es reicht nicht genau für 4 4 öfen schade oder doch so jetzt haben wir iron furnaces die sind etwas schneller die brauchen nachher auch für ähm ähm diverse sachen zb electrical furnaces braucht man die nachher so äh komm wo ist die werkzeugkiste ich baue mich das hier ist jetzt meine werkzeugkiste dann kann ich das zeug auch da rein tun ach das kein unterschied so eisen furnaces haben wir schon mal so jetzt können wir nämlich auch refined iron machen und ähm ein amor stand wollte ich bauen puh viel zeit haben wir noch ok 2 minuten vielleicht kriegen wir das noch hin wenn nicht dann muss ich mich ein das ist stone slab und iron ingot genau so da machen wir mal wir haben stones haben wir irgendwo hier rumfliegen genau da und iron ingot haben wir da ja ja das geht auch etwas schneller finde ich zumindest das brauchen wir nur noch des letzten aber wir haben irgendwo wahrscheinlich noch stones hab ich nur vergessen zu merken ich muss das ding mal sortieren irgendwo hier habe ich stones noch liegen ne hab ich die gerade aufgebraucht gut dann haben wir die schon aufgebraucht dann einmal stone slabs und einen amor stand super schön den bauen wir hier hin und können uns dann ausziehen dann tada das ist schon irgendwie cool muss ich sagen so ähm ich würde sagen das war's für heute zumindest meinerseits die nächste in den nächsten stunden in den nächsten stunden ähm bauen wir mal hier die query an oder nicht die query sondern die mining turtle wird dann mal hier dran gebaut und die darf dann ein bisschen arbeiten ich hoffe ich habe genug kohle für die wenn nicht dann nicht ähm dann bauen wir uns wahrscheinlich noch den macarrator und so weiter also jetzt wird im moment crafting folgen pur gemacht wie schön und damit würde ich mich auch verabschieden ich glaube das war etwas übertrieben hier naja und äh wenn wir halt genug stein zusammen haben dann würde ich sagen bauen wir auch unser neues haus ja also bis zum nächsten mal haut rein tschüss